So Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Challenger Climb. Aktuell läuft es ja wie geschmiert. Nachdem wir, oder seitdem wir in der ersten Diamond-Promo kläglich gescheitert sind mit Zanzara, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe es schon ausgeblendet, haben wir jetzt Offscreen nochmal zusammengesetzt und so ein bisschen über unsere Gefühle gesprochen und uns ausgetauscht, wie wir fortanzocken wollen. Und seitdem haben wir richtig gute Games, wir tryharden richtig nice. Und das, obwohl wir richtig schwere Gegner bekommen. Also, da sind alle mittlerweile mindestens Master, wenn nicht sogar Grandmaster oder Challenger. Und ich spreche nicht nur über den Flexio-Rang. Und das macht mir aktuell echt super viel Spaß. Also freut mich auch über die ganzen Kommentare, die sagen, cool, dass es wieder Loil gibt, etc. Das Zweite, wir haben in diesem Video wieder eine Unterstützung, und zwar vom PC Game Pass. Hat ja schon die erste Folge gesponsert. Hier auch wieder dabei, vielen Dank. Ich finde, also, ich bin einfach weiterhin super froh über diese Kooperation, weil sie ist so genial. Leute, wenn ihr genauso wie ich wieder einsteigt in League of Legends, oder ihr jetzt durch die Eintracht Spandau, seitdem ihr das letztes Jahr verfolgt, I don't know, aber nie League of Legends gespielt habt, und jetzt mal reinschauen wollt, nutzt gerne den PC Game Pass. Ihr bekommt nämlich alle League of Legends Champions, 160 Stück. Ich glaube, mit Milito sind es jetzt noch mehr. Aber auch alle kommenden Champions, die noch rauskommen werden, bekommt ihr for free. Ihr müsst einfach nur euer Xbox-Konto mit eurem Riot Games-Konto verknüpfen. Ihr bekommt außerdem 20% mehr Erfahrung, wenn ihr euer Profil levelt. Also einen besseren Einstieg kann man gar nicht haben. Darüber hinaus bekommt ihr weitere Vorteile bei anderen Riot Games-Konten oder Spielen. Also sowas wie Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, Valorant. Könnt ihr alles mal auschecken, Link in der Beschreibung. Aber auch neben diesen ganzen Riot Games-Vorteilen, im PC Game Pass sind halt hunderte von Spiele. Die könnt ihr alle auschecken. Starfield und Redfall sind nur zwei Beispiele. Also checkt das aus, ist echt ein gutes Angebot im Abo-Modell, quasi auf monatlicher Basis. Ja, und das war's von mir auch schon. Jetzt sehen wir uns gleich in Game. Tschüssi. So Leute, hallo und herzlich willkommen. Da sind wir in Game, nicht wahr? Wir sind schon heiß für die Frittenfett, aber haben keinen Engage. Naja, anyway. Wie geht's euch? Guten Morgen, Jungs. Junge. Okay. Genau, ich werde halt wieder von Top zu Bot-Junglen und dann Fokus-Bot-Lane halt die ganze Zeit. Äh, ich muss kurz reconnecten. Okay. Ist es immer noch mit dem Ping-Problem? Jo. Ich hatte es halt noch nicht einmal. Ich glaube, das ist nur bei ihm, weil er noch VPN betrifft, oder? Das ist nur bei mir, ja. Das ist so stupid. Und 20 ms ist schon, wo du sagst, geht nicht. Ja, es ist maximal das, was er bekommen konnte hier in der Schweiz. Jo, ich habe früher 20 FPS gehabt in LoL. Kannst du dir das vorstellen? Ich finde das doch nicht sein. Ich habe früher auf dem Laptop gespielt. Nee, das war einfach früher, vor elf Jahren. Ich nehme auf, dann geht nur 20 FPS. Schön mit Fraps, Junge. Schön mit Fraps. Da hat man sogar in-game immer noch, auch in der Aufnahme gesehen. So oben rechts waren dann immer so die fetten gelben FPS-Zahlen. Naja. Okay. Was sind so unsere Win-Condition? Hm. Spotlane. Midgame 2. Ja. Nutzung mal. Stärke. Spotlane every game. Solange die Rexha mich nicht killt, kann ich das Game carryen. Ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von Jinx. So, wir haben die bislang, ich glaube, noch nicht gespielt. Aber ist halt im Late Game, also du musst halt eigentlich nur ins Late Game kommen und dann im Notfall front to back. Ist halt übel geil. Ja. Und hat uns wirklich sehr oft auch gemacht, muss man sagen. Ja, ich glaube, wir haben echt viele Games schon verloren im Flexi. Ja. Weil es halt so ein Lady Game Monster ist. Hatte ich Trank vergessen? Ich glaube, ihr habt Trank vergessen. Naja. Oh, ist nicht schlimm. Achso, du hast ihn schon benutzt. Okay. Ja. Okay. Ich wundere mich, dass du es aber vergessen kannst. So, im Endeffekt, kaufst du nicht immer dieses Set. Ja. Und dann, äh... Ja, gut. Okay. Es gibt auch immer dieses Set. Und du kannst gar nicht mehr kaufen, nur nur ein Item. Also auch so, du gehst in All Items rein. Ich kauf dir eigentlich immer einzeln. Ich muss mal drauf achten. Ja, muss man drauf achten. Normalerweise gibt es immer als erstes Item mit mir. Also immer empfohlen D-Ring. Zwei Healpots. Ja, ich weiß, was du meinst. Ah, okay, okay. Tatsächlich. Ich bin mir einfach gerade... Wir müssen mein nächstes Game drauf achten. Ich will ein bisschen darüber sprechen, ob ich Invade werden könnte, weil gerade am Anfang, auch wenn ihr mit einer Minute Delay spielt, ist das ja möglich. Haben wir jetzt gar nicht drauf geachtet. Normalerweise kannst du immer da hinpo schaffen, wo wir prior haben. Du kannst so was. Jetzt, wir können aber am Anfang zwei Healpots machen. Max ist, die stehen hier, wenn ich jetzt nur ein System, wo ich gerade gefühlt habe. Und dann laufen die halt bei einer Minute erst zum RedBuff. Das heißt, die Gegner wissen quasi nicht, wo er startet. Wo er das Ding quasi erstartet dort und dort, aber geht eigentlich zum Red. Okay. Wissen ihr, ob ihr gewordet ist? Nee, ich gewordet. Auch ihr nicht. Dann, von mir aus können wir go machen. Ja, wir können gleich schauen, ja. Ja, ich bin gleich Level 2. Äh, Level 3 mal nicht. Ja, einen Minion brauchen wir noch. Okay, können go machen. Wexler ist Mitte, Rapp fortzeit. Hier, beim Terry gankt. Ab in. Ab in. Ah, hat noch geschildert. Nice, genau. Sehr schön. Ich kann nichts tun, der Juni runter. Wie bitte? Ja, wir können für die Skuttle spielen. Können aber für die Skuttle spielen. Ja, ja, das ist unsere Skuttle. Ja, der ist schon dran. Ah, hab schon mal. Vielleicht kommt der Mitte wieder, ja? Äh, die Sündige B ist alles gut. Alles gut, alles gut. Alles gut, ich geh auch. Oh, hier ist Rexai, bei mir. Ich bin da, bin da, bin da, bin da, bin da. Ich kann nicht wirklich... Ich verlieren richtig viel, wenn ich seit dem... Ja. Ja. Schade, aber habt ihr, oder? Kriegt ihr den? Ich hab nicht genug damit, glaub ich. Doch, doch. Auto-Attack die Scheiße raus. Wird die raus? Ja, ja, ja. Ich muss raus, ja. Bin draußen. War, glaub ich, worth actually, um Tristan in der Head zu bringen, ne? Ich hab leider ein bisschen viel Farm verloren, aber ist okay. Also, es war trotzdem gut, weil ich jetzt Double-Waff hab. Ja, wenn base die ganze Zeit, die wird base'n. Okay, Leute, ich würd jetzt wieder top to bot junglen. Eventuell... Ich base, Milio könnt bot sein. Genau. Musst du base? Ja, ja, ja. Vielleicht eventuell könnte ich auch einen Top-Gang machen, wenn das so steht. Ja, das ist halt Zeri, der ist super morbel, aber der hat schon keinen Flash. Ich scale sie mal aus. Ja, wenn nicht, dann nicht. Ich kann das nicht gut einschätzen. Ja, ich guck erst mal Scuttle. Ja, oder Scuttle. Wir sehen Rexer hier. Über eine Wart. Stimmt, Scuttle war auch. Kommt zu mir jetzt, Rexer. Ich hab jetzt Milano-Push und Double-Waff. Rexer, ja. Ja, alles gut. Ich kann auch holen, wenn die Zeri muss. Musst mal gucken, was der macht. Okay. Pride, wenn es okay ist, würd ich, glaub ich, einfach to bot wieder junglen. Ja, ja, ist alles gut. Der wird gleich solo-Bow-Lock. Ja, aber Rexer hast du gesehen, ne? Der ist hier so. Es sah aus, als ob er Richtung Lane geht. Weil ich wüsste nicht, warum er sonst außenrum zu... Ja, also, ja. Ist fine. Wird das respektieren. Wenn den ich hab, pushen, gehe ich best. Oh, shit. Hat's mir gut gesagt. Das war gerade der push, leider. Passiert, Digga. Den Double-Buff holen wir uns jetzt sofort wieder. Stimmt, Digga. Wird echt wiederholen. Also, actually... Kann ich direkt. Ja. Wahrscheinlich geht die jetzt back, ne? Oh, ich glaube, die hat so viel Mana noch. Ich kann gleich mal schauen. Ja doch, sie geht echt back, ja. Aber das bedeutet dann auch für mich, dass wir es nicht wirklich dort sind. Aber Max, du kannst Borderlands schauen. Die sind sehr weit vorne. Okay, dann komme ich direkt. Wir haben keinen Flash-Off-Ketten. Oh, shit. Ich gedacht, dass ich das kenne. Können wir trotzdem? Ich glaube, ich wäre mehr wäre. Also, wenn du die runterrennen kannst, dann ja. Aber... Ich esse, nimmst du den Wave. Der kannste vermuten, glaube ich, nicht machen. Okay, ja. Wenn Tristan kommt. Aber Lisa, die müssen die dann gehen, weil die wäre nach der Wave gewesen oder nicht? Okay, ja, ich komme. Scheiß, hoff. Oh, Rekse ist. Oh, Schatten, wirklich auf der Strecke. Das ist so krank, dieser Champ. Einfach komplette One-Shot. Ich hab mal Ultimate. Double Ultimate? Nö, Mann, habe noch was. Da, bin da. Wobei, jetzt Christa. Vielleicht hier am Kettnimmort. Sintra oben über die Wall. Machen wir ne? Sintra über die Wall. Die wird der Trainingsplan kommen. Ich hab grad der Rekse geht deep. Da ist nicht schon guter Toll. Der hat dieser Champ. Der hat mehr Erwachen. Der hat gewöhnt. Ich kann die Wave ein bisschen halten. Geil, good job, Prides. Übrigens. Habt ihr ja alles gekauft. Ja, gegen Prides Shogarth mittlerweile. Am Anfang war es ein Meme, gebe ich zu. Ich hab es nicht ernst genommen. Aber das ist eklig, ja. Ja, ihr sagt das. Ich griefe einfach. Prides Shogarth war einfach das beste Meme. Ich vermisste. 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 Warum wird mir immer das. Es ist so stupid. Mir wird jetzt immer. Ich weiß nicht seit wann das so ist. Ich glaube seit gestern. Wird mir immer. Als suggested item. Als erstes Blade of the Ruined King angeboten. Sported. Und ich kauf dann immer aus versehen die Recurve-Bow. Na ja. Dann würde ich sie jetzt aber auch zu Ende bauen, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, mit 1000 Gold schon. Ja. Sind oder? Obst du das? Nee. Willst du, Luba? Ja, würde ich nehmen. Okay, und dann würde ich um Harold jetzt spielen. Ja. No Ulcery. Ja, aber ähm. Die Skadden River. Die Synthra ist stärker als ich gerade, also da müsst ihr ja auch passen. Die wird auch einen Mid-Move haben, also damit das ist. Die werden für Harold spielen. Ja, alternativ könnte ich einfach auch. Kingen wir durch Bot-Lane? Also dann auch Harold gegen die Bot-Lane. Also ich kann Try holen, ja. Aber wenn Rex all around sein kann. Können wir nicht wirklich komplett pushen. Ich hab keine. Ja, das ist ein Jahr so. Ah, ich hab wieder Flaschen. Also Medeus. Okay, er ist wieder rot. Ja, alternativ können wir es dir noch lassen, Harold. Und ich geh dafür Bot-Side und gucken nach Drake etc. Ich mein, wir haben, wir haben ja Jogged Ark. Ich weiß nicht, ob das Wurfe ist für dich. Wollt ihr auf nächster Wave Bot-Diven dann? Mit Meta-Push? Oder er nicht? Back-Name. I mean... It's probably worth it. Ich verliere ja 7 Minus. Tristan, willst du auf nächster Wave Bot-Move? Oder... Eher nicht? Ja, ich kann. Ich kann das. Ja, dann... chill ich mit der Wave ein bisschen. Vielleicht auch mit jedem Auto rein. Ich glaub, das ist saubad. Also ja, das war bad für dich, Breit. Aber... Sintour ist jetzt ein bisschen der Marsch. Aber gut für mich. Oder machen wir es auf nächster Wave machen, dann? Ja, ne, nächste Wave, weil dann kann ich nur einen Red nehmen. Jo. Oh, nice. Stimmt. Nice. Pass auf, Rek'Sai können... Ich kann nicht move'n, weil Rek'Sai blockt nicht. Eheron ist auch noch ab. Kein... 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 Flash-Kate. Also auf nächster... Auf der Kenn-Wilf können wir schauen. Okay... Christophus... Ja, Rek'Sai muss Bot kommen demnächst. Bot-Campst du noch ab? Die wird Mitte, maybe, auch nochmal schauen. Kein Flasher. Okay, ich wär jetzt da. Ja. Die Kettler hat keinen Flash. Oh, hier ist Rek'Sai. Kein Goss. Ja. Bin drauf. Die Ultraten. Smited. Ah... Wir können den aber killen. Hast du ein Ward? Ja. Hab ich. Nice. Getsch. Bin ich zu deep. Okay. Wir haben auch keinen Harald bekommen. Wollen wir hier Reset into Swap into Harald Top? Will nicht unbedingt Swapen. Willst nicht Swapen? Okay. Aber ja, okay. Ansonsten... Nimm ich straight Bot. Aber wir können trotzdem fair Ult hier spielen. Wir haben auch... Wir haben auch... Der Ultraten. Okay. Also, was machen wir jetzt? Sorry, ich hab's nicht ganz mitbekommen. Wir können hier fair Ult spielen. Okay. Weil die... Also, wir werden Bot-Prior haben und... Top haben wir auch Permaprior. Und Rexha hat keine Ults. Das ist sehr frick. Und wir haben einen Feast. Ich wurde kurz, wenn Melio Bot ist, muss ich Bot. Nee, muss nicht Bot. Selbst wenn der Bot ist. Sie können nichts gegen mich machen. Ich clear ein paar Fälle. Äh, Rexha Botzeit. Wir können schon starten. Wenn wollt. Wir sind im Base. Max sucht sich, muss sein Item aus. Nee, nee. Ich hab auf 500 Gold gewartet. Nee, aber ich glaub du und Chris können auf der Werft... Wir sind Wextile. Wir sind Wextile. Ja, Rexha Bot schon. Ja, ich kann nur was damit. Nööööö. Die haben auch keinen Play-Bot, also... Sollte Free sein. Ich hab jetzt auf jeden Fall immer mit Lamp push. Auf die Sinter. Svetlava ist jetzt geshiftet. Fuck. Äh, Rexha wird wahrscheinlich, äh... Entweder Mitte Moven oder Harald. Ja, ich glaub der ist schon. Äh, oder Drag meine ich. Ich check Drag. Ist nicht am Drag. Kannst du mich ulten? Oh, shit. Dann... Nee, ist wahrscheinlich tot. Oh. Ich komm hin zu euch. Da kein Flash. Kein Flash Traction. Larry hinter mir? Larry hinter mir? Ja. Hab sie, hab sie, hab sie. Wrestle mich, Bryce. Ja. Bin dran, Digga. Ich muss die mit einfach weg. Fuck. Oh, die ist so low. Mist. Aber hat geflasht. Sonst hätte ich die bekommen, natürlich. Emni, wird gleich für dich an, ne? Warte, ich... Ja, ich... Warte, ich flass die einfach kurz. Kannst du reinlatschlafen. Danke. Wolltest du den nur vorbereiten. Okay, aber war geil. So. Äh... Ja. Wollt ein bisschen um Drake rum. Ja. Ich gehe best. Aber gut, wir haben... Ich glaube, 1 for 1, oder? Ja. Ja. Oh, shit. Oh, nein. Müssen wir Harald recht früh placen. Vielleicht direkt in der Mitte. Wenn Triss dann wieder auf Map ist. Ja, wahrscheinlich jetzt, weil sogar... Ich komm nicht mit, denn sie muss backgehen. Sie hat keinen Sinn hier. Sie muss passen, ja. Max, wenn du sie stallst, kann ich sie sogar ulten in 15. Wie, aber diese Wave, Max, da droppen wir den Harald. Siehst du den? Ja. Ja. Also, die hat nach seinen Rap vor und nicht noch irgendwas Green. Der Caitlyn ist da drauf. Rexel, wissen wir, wo die ist? Kannst du schnell move'n. Kannst du schnell move'n, wir halt droppen den Harald. Oh, ja, Plastchen. Okay. Normalerweise lächst du den so ein bisschen weiter vorne, damit der nicht so lange laufen muss. Oh, den Rexel? Da kommen paar. Ich glaube, es sollte auch passen. Ich laufe auf Bord, ich bin nicht Mitte. Also fightets nicht. Ja. Boah, macht er Schaden. Holy Shit. Und es war ohne Ult. Ich kann maybe über die Wand trappen. Alter. Okay, er hat auch Mythic. Aber ich glaube, der Counter hat deinen Charm richtig hart. Ja. Ja, zumindest. Early Myth-Game wahrscheinlich. Willst du Blue dann? Ja, würde ich nehmen. Milo war, glaube ich, gerade hinter dem. Oh, ne, ne, ne. Ne, Milo ist Mitte. Exai ist beim Redbird. Ich bin blind. Ich dachte mir das nächste Mal. Ich hab dir. Mitlein einmal A. Ich fahr da. Aber wir haben eigentlich gute Bisschen. Okay, ich werd dann jetzt, äh, Bot passen. Ja, wobei ich hol mir erstmal mein Item. Und dann spielen wir einen Bot wieder. Wollen wir da einen Dive-Man machen? Wir wollen eher, wir wollen, ich glaub wir wollen eher Bot-Move into Mitte machen für Mitter. Auf welcher Welf, äh, Tristan, auf welcher Welfs haben wir Mo? Wollen wir nicht beide gerade? Okay. Ja. Wrexler war topside mit. Er war hier. Riecht keiner ab hier. Er hat die Pflanze genommen. Muss irgendwie die Welf noch clearn, damit er nicht mal einen Turm holt. Wir kriegen auch Bot-Tourret, wenn Wrexler nicht kommt. Also da war topside, aber könnte base gehen. Wenn du hier, äh, Chris, wenn du hier ein E auf die Kette hinkriegst, ist sie toll. Oh, der nicht. Kann ich kommen und wir diven hier einfach? Ja, klar. Das können wir auch mal, ja. Ja, dann nehmen wir's so. Ich hab auch ult. Ich hab auch ult. Glaub ich auch ohne das Trepp, glaub ich. Also Wrexler könnte da sein. Ja. So lebt das auf. Wrexler da, hat Paulus. Oh, no. Äh. Zarya darf sie gefehlen. Zyndra läuft langsam los. Ey, wo ist die Sau? Oh, no. Ich weiß nicht, was er macht. Fuck. Okay, fast Flash. Flash. Ja, my bad. Ich dachte, ich kill die Kette. Die sah auch relativ tot aus. Das war Millie-old. Ja, das war jetzt... Ah, ist nicht schlimm. Ich glaub, die müsste base sein. Außer Wrexler killt mich jetzt hier. Aber der Prowler sagt, ich find das richtig. Ja. Der ist halt leider gefeadert jetzt. Er hat 5 kills. Das macht hier nicht ganz, aber es ist auch quasi ein Outtack. Ja. Cancel Kette nochmal. Oh. Knapp. I mean, wir sind objective-wise halt ziemlich ahead. Jo. Ich werd Bot-Wave pushen. Komm her. Dann move ich mit zu. Sehr weit. Ich hab nicht fest. Kommen wir. Können wir die killen? Ne, 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 ne. Außer Ausdustat. Der ist auch noch der Wrex da hinten dran. Du stirbst, wenn du willst. Meinst du? Gar nicht. Du stirbst auf jeden Fall. Ich move jetzt mit zu. Okay, die respekten immerhin. Geh du mit, ich geh's halt. Jo. Ah, du kannst drauf gehen. Mit der Heralds. Okay. Mhm, 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 mhm. Naja, wir haben ja... Ich mein, wenn's hart auf hart kommt, haben wir immer noch Lillip of Jinx. So. Was soll passieren, ne? Ich sei Wundschutz, sonst Raketenwerfer. Ja. Was hat die Serie für Items? Catelyn und Melio haben beide keinen Flash. Ne, muss doch weiß. Ja, aber tief tief. Okay. Wir können... Was wollen wir spielen? Herald oder Drek? Herald, oder? Herald. Herald, ja. Also, wir wollen mal Topside Vision holen zusammen. Äh, Max? Ja. Kannst du auf der Wave mitte sein? Oder beziehungsweise Rounds haben? Nach Raptors dann mit uns in Topside? Ja. Ja, ja, ja. Ich bin auch hier. Wir sollten die Wave auf jeden Fall contesten. Die hat keinen Flash, by the way. Falls du ein Dings findest. Gehen hast schon. Da ist noch ein Watt für einen. Pink. Nix gefangen. Oder nicht, dann Pink. Lass den Turm holen. Zyndra war Botside. Hau den Turm, Lilith, dann bist du schneller. Ja, ja. Ich dachte... Ich würd's nur sagen. Ja, das geht. Das geht. Drake ist up. Die gehen auf Drake. Wollen wir contesten? Beides contesten. Nee, ich glaub... Mach einfach den Herald. Wir defenden hier den Drake. Funktioniert das? Ja, die müssen Mitwaffe auch annehmen. Im Worst Case droppen wir einfach Drake. Zyndra ist, ähm... Wie ich, zwei Items. Aber die ist als super strong. Wir sind beide echt gut in der Game. Ich glaub, wir nehmen den einfach, oder? Actually, der ist ziemlich squishy. Du bist... Ja, der ist der zweite. Du hast ja Feast. Ja. Irgendwie hier beides. Das ist huge. Wir kriegen auch Drake. LOL. Aus Makrot. Ja. Ja, eigentlich illegal, dass wir beides... Ja. Wobei, wir haben ja Caitlyn komplett rausgefasst. Das ist wir beides gleichzeitig. Ja, das ist schon sehr frech. Mann, die müssen echt noch ein bisschen practicen. Naja, so. Ich muss hier base, by the way. Ich will... Ja, ja. Ja, ich hab auch sehr viel. Nice. Aber doch keine base. Nice. Rekster geht jetzt zum Red Buff. Ich bin übrigens fein gegen Zyndra und du bist wahrscheinlich auch fein gegen Zary, oder? Ja. Also ich hab sogar ein bisschen bessere Zeit gegen Zary. Du hast einfach schon 3500 Leben, ey. Jep. Und 250 AP. Das ist so illegal, der Champ. Aber warum ist der jetzt gerade gut? Oder ist das einfach nur... Passt gut als Antwort in der Meter? Ja, ich komm top. Ich komm top. Irgendwie hab ich voll die FPS Slacks. Fuck. Ich hab Ult, nah, ist ready. Joga, Laning Phase ein bisschen gebufft. Also ein guter Engage ist, ich lauf da rein und bait. Müsst dann ein bisschen auffassen. Ich hab TP. Ich kann mit Ult. Kann ich TP next? Ich komm nicht ran. Ich muss rumlaufen. Also ich bin slow. Ich hab aber Everfrost. Ich schau hier mit Ult. Kommt hier. Nix getoff. Rekster Flash. Hinter dir. Müsste. Nice. Good job. Können wir actually Nash forsten? Rex, I have keinen Flush. Können wir machen. Wir haben keinen Flush. Soll ich parallel... Soll ich mitte einfach in den Harald setzen? Nein. Ne, 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 ne. Die TP'n wir jetzt schon. Sollen wir raus oder was sollen wir... Wir haben Feast und Smite, oder? Ich hab keinen. Ich hab keinen Smite. Ja, wir haben Feast, oder? Reicht das? Ja, wir haben Feast, oder? Ja, wir haben Feast, oder? Reicht das? Ja, wir haben Feast, oder? Reicht das? Ja, wir haben Feast, oder? Reicht das? Ever my bad. Halten wir das noch? Ja, aber nicht zu viel wollen. Ich hab nicht gespeedet. All good, all good. Lass weg. Nice. Strong. Stark, stark, stark. Okay, ähm... Was wollen wir mit dem Harald machen? Ist egal, oder? Wir können einfach mit Bot spielen. Sugar geht Mitte, wir gehen vor Bot. Ja, und wir poppen den Harald. Bot, genau. Und wir ignorieren einfach Top. Katelyn ist Top. Wenn die weiter pusht, holte ich einfach Top, und dann ist die Werfe auch Go. Ja, wir können ja... Also die pushen nicht schnell genug, ich finde. Naja, die ist gut so. Wir müssen auf Traps aufpassen, so hier irgendwie. Jo. Aber wenn Cape dann Top ist, sollten wir eigentlich Feast sein. Ja, aber der ist nicht so useful anyway, ich finde. Jo. Oh, ich bin sehr gut im Game. Vielleicht zeigst du dich noch nicht, Lelup? Ja, wir gehen hier rein. Ich denke. Oh, hier ist Reksa. Oh ja, hier Reksa. Ja. Solange Syndra mit ist, könnt ihr machen, was ihr wollen. Ja, ja, ja. 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 Ich ping das. Nice. Speed uns. Ja, ich probier mich schon. Zwei mit. Die ist weg, da. Andere Seite. Soll ich Harald setzen? Wenn du jetzt der Ult draufkriegst, ist er da drin. Wie ich jetzt. Oh mein Gott, hab ich das gewünscht verfolgt. Die reißen die so ein, Junge. Komm, lass das Haus einreißen. Die move'n jetzt von hier. Aufpassen, Syndra hat die Macht. Ja, ein paar Worts über. Komm, maybe. Ich pege auf Matt, by the way. Deswegen kannst du das defensiv spielen. Warum kriegst du Mitte? Weil du hast den Syndra. Genau. Die davon ist gut. Egal, wir haben Tower. Wir haben drei Tower. Okay. Jetzt gehen wir back, oder? Natürlich, aber ich glaube. Die hat noch Olds. Ah, keine Ahnung. Die hat noch Olds. Die hat noch nicht. Die hat noch nicht geultet. Die hat noch nicht geultet. Ne, die hat mich. Ne, ich hatte geultet. Ne, ich hatte geultet. Hat die mich geultet? Ne, doch. Die hat mich geultet, so. Es sah so komisch aus, weil das irgendwie nur zwei Dings waren. Ich schwöre auf alles. Die hat mich da gerade geultet. Ich schwöre auf alles. Ja, ey. Skate of the Weekend eh. Na, welcher? Du wurdest auch nur QWed eh. Gut, glaube ich. Ne, da war auch noch was für Kettler mit drauf und Rektal. Okay. Ja, wir hätten einfach direkt nach dem Tower weggehen sollen. Mehr ist es nicht. Nice. Ich habe irgendwie die ganze Zeit nur 120 FPS. Ich bin gleich auf Top. Da ist ein Rek'Sai, for sure, okay? Ja. Rek'Sai ist da. Das ist so crazy. Obwohl wir halb so viele Kills noch haben, sind wir so ahead. Und dann haben wir noch Jinx und Nier in der Hinterhand für Late Game. Das ist an, ne? Ist krass. Ja. Müsst du ein bisschen auffassen, die würden gerade mit wave. Genau. Zeit move. Äh, wir müssen break streamen, ne? Ja, müssen wir nicht. Also theoretisch können wir auch droppen into Top-Side spielen. Aber... Ich meine, wir haben null Vision, Bot-Side. Ah, Twistern ist schon Bot-Side. Aber wir haben ohne TP. Ja, aber die sind hier... Okay, okay. Actually schauen die both Sides aus Mitte contesten und dann rein hoch. Könntest du auch Bright. Also wenn es zu scary wäre, lässt du auch ein Bright ist, catch ein neues Bot-Side zu meiner Vision. Ne, hat's schon. Okay, right down. Max, are you? Komm. Ja, wir können ja nachher stoppen. Die haben hier keinen Fiesten. Ja. Ja. Zary macht nachher einen Traum. Max ausgehört, gell? Ja, 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 ja. Mhm. Okay. So, ich glaube jetzt spielen wir Top-Side für den Tier Two. Ja. Wollen wir direkt da runterchasten? Absolut. Wobei... Ich kann hinterherchasten, wenn ihr wollt. Ähm. Ja. 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 Ja, ich hab's nicht geblicken. Ich reile den Jam nicht, tu mir leid. Ich weiß aber nicht, was sie machen kann. Du kannst Full-Shift machen. Full-Shift? Okay. Ja, eigentlich kann ich hier nicht laufen. Syndra, maybe. Ja. Ja, ich glaube wir kriegen hier nix. Wahrscheinlich Base-Angle. Ja, vielleicht. Ja, ja. 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 Eine wandte open. aus, einfach weil du so riesig bist. Ja, ja. Nash und 10. Ja, geh ich direkt hin. Wir können direkt vielleicht Nash Pressure noch. There is a thing of that. Der hat aber TP. Sagen wir dir aber noch eine Weft. Wir können direkt Nash gehen. Ich glaub wir sind am Nash, wir sollten pushen. Ich glaub wir sind am Nash. Aber wir haben da Puschen noch nicht. Er hätte ja sein können zu sneaken über die Wand. Also wir können den auch 2-Man mit Maximieren. Jaja, safe. Keine Pink Wards. Doch, ich hab einen. Soll ich reinstellen? Ich pink dann hier, okay. Ich glaub wir können auch schon mal starten und schauen wie die reagieren. Ich glaub die geben's aber, oder? Black's here. Black's here, aber der ist blind. Wir haben einen Priest. 1.800. Bei 2.000. Ja, wir müssen das nicht unbedingt timen. Zary aufpassen, ja. Ja, einfach back, wir haben Baron. Oh, gut. Ja. Nimm noch kurz die Waves. Kannst du hier mal gewissen gehen? Ja. Können wir mitpushen? Nice. Alter, Farsch bin ich. Ah, fuck. Ah, fuck. Nice try. Die andere vier, alter. Ja. Glaub ich gibt es von Lash, bin aber auch nicht. Ich glaub Ult, zuerst reicht dann auch. Ja, ja, ja. Ich bin nicht so offen auf Jinx, aber... Scheiße. Wollen wir mit der Fighten? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Also ich mein... Okay, wir schauen. Wir haben noch nichts bekommen. Nice, ne? Nice. Kannst du jetzt chasen, eventuell? Können schauen, ja. Kettln sollte keinen Flash haben. Ich glaub, die ist in meiner Ult geflasht. Ich hätte tp'n können, aber... Okay, lieber Top. Du hast nen Tauri bekommen, glaub ich gerade, oder? 800, ja. Ja. Äh, ich hab actually jetzt... Drei alten Power Spike. Oh, shit. Durch Shield-Bow. Warte mal. Ah, was würden wir ohne Jorgath machen? So, wollen wir mit dem Baron noch irgendwas anfangen? Top-Lane, oder? Ja, können wir. Wir haben immer noch eineinhalb Minuten. Ich glaub, den Tauri können wir machen. Dann let's go. Obwohl Drakes auch vielleicht hat. Den Turm und dann musst du back. Und wir wollen mit Bot pushen, wegen Dragon. Ja. Also, ich hab auch tp. Not sure, ob ich den Turm alleine bekomme. Wir nehmen den Turm... Wir nehmen quasi... Wir sollten erst pushen und danach den Dragon machen. Damit wir den Baron nutzen können. Also, den Baron erst ganz am Ende vom Push. Ja, die Bot-Werfe ist leider gone. Wollen wir den Draken einfach nehmen jetzt? Oder was los? I guess. Die machen irgendwie nix. Ja, Marco weiß... Ein bisschen Schläger... Push die Wave dann, mach ich. Wollen wir nicht weiter pressuren mit Nash? Wir haben noch 40 Sekunden. Ah, die kommen hier vielleicht. Wir müssen das. Ja, ja. I mean, ihr könnt Bot pushen, ja. Ich komm Mitte. Same. Die Serien macht es ein bisschen illegal. Jo. Oh, Scheiße, was ich aber mache ist auch illegal. Egal, vielleicht wird's ja was. Oh Gott, es tut mir so leid, nice. Alles gut. Ich, irgendwie, ich, ja, da hatte ich Blackout. Wir haben immer noch, ne, okay, wir haben keinen Nash mehr, ich mach's. Ich dachte irgendwie, ihr werdet... Achso, ja, war Blackout. Können wir nicht pushen? Die, die haben noch keinen Valve Clear mehr. Das witzige ist, die Gegner waren genauso überraschend. Ja, ich hab's immer geholtert, aber... Okay. Ah, warum denk ich das? Ja, absoluter Carry von denen ist raus. Ihr schafft das, oder? Ja, ich krieg das, wenn es nur da tot ist, kann ich eigentlich machen, was ich weiß. Ja. Und, Lille weiße. Wir sollten auch Bonner in die Witte holen, äh, Brownsie. Ja. Action, die war's nicht. Illegal gutes Play von mir, muss man sagen. Ja, das war insane. Das war wirklich... Auch, dass du da gecallt hast, dass ich die... Ja, also... Auch das zu sehen, dass das possible ist. Was hast du eigentlich gemacht da hinten? Ich bin hier... Also ungefähr die Vision gab es auf der Midlane wie jetzt gerade und ich bin hier einfach reingelaufen, weil... Ich hatte irgendwie noch in meinem Brain drin, dass ihr Mitte und Bot halt gepressured habt. Ja. Und dann stand auf einmal genau vor mir Sündenräume. Ich hab die zweimal geschlagen, war die halt fast tot. Pure ich. Alter, okay. So. Hast du dir kurz gewonshottet oder was? Ich hab sie fast gewonshottet, genau. Sie hat dann alles gezündet, glaub ich nochmal. Milio hat da Schild drauf gemacht. Ich glaub sie ist sogar weggeflasht. Ja, ja. Und Milio hat Schild drauf gemacht, alles. Gott. Also, es ist halt so krass mit Yi, wenn man drei Items hat, man kann ja wirklich trappen einfach irgendwo im Jungle oder so. Einfach einen One-Shutten. Wir wollen fünf mal toppen oder so, wir wollen fünf mal toppen. Mhm. Ich glaub der will jetzt die Wave greeden. Meinst du, der greedet ihr? Wirklich? Ja. Also der Spiel ist schon so greedy. Alter. Was ist mit dem los? I'm not sure. Ja. Obwohl, ich muss hier sehen, weil der wird die Wand jumpen. Oh, da hast du weg sein? Ja. Ich eile. Ja. I mean ich kann den rechtzeitig silenced und dann kann er das probably nicht machen. Smooth durch. Keine Ult. Keine Top-Wave-Card. Wir haben keine Top-Wave-Card. Wir haben keinen Warfare-Trade für uns. Syrah für Barry. Ja, ich hab nur leider geultet. Das ist nicht gut. Ich dachte für Rex, der Ult. Ja, ist smart. Amin. Ja, lässt er pushen. In einer Minute ist Baron da. Was mache ich? Ja. Ich kann auch nur sagen. Nicht so oft. Einfach in die Büsche rennen. Habe ich dieses Game auf einmal gespürt. Ja, nehmen wir nur zu Nash. Ey, ja, ja. Dann fahren wir einfach bis zum Dragon. Ja, ich hab die. Ja, mal wird. Hast du da gecleared, die Vision? Okay, okay. Nee, nee. Die haben hier Vision. Die haben Vision. Da war ich gerade auf dem Weg hinten. Da kam ein Rexheim. Wir haben immer noch Super-Minions für Nash. Ja. Ich muss da ein bisschen aufpassen. Die Farmer richtig viel. Mhm. Ach, klar. Bei Pods. Und wir können wahrscheinlich finishen mit dem Nash. Ja, Max. Ich morfe. Ich wollte ihn. Hoch. Oh. Was? Schade. Oh, shit. Oh, nice. Okay. Okay. Ja, nicht zu weit. Nicht zu weit. Nicht zu weit. Weil... Ja, I don't know why. Ich bin excited. Okay, also es funktioniert aber jedes Mal. Ah, I get it. Was? Hat sie nur geflasht oder so? Nee. Ich bin geflasht. Und Gateforce. Ja, das hab ich gesehen. Auf Flash, Gateforce. Das war so ein Smiley-Move. Mhm. Ich hatte auch kein Blutchenkiss. Alter, war ich klar. Kein Schick, kurz. Spotten. Hab TP. Wollten wir nicht flashen machen? Wollt... Ich bin ein Tor. Da ist ein Rekseid. Da ist ein Rekseid. Kein Bock. Nee, ich schau grad auf die. Ja, wir müssen jetzt auch mal gucken, dass wir das Game gleich beenden. Wir müssen das einfach stabilizieren, gerade. Die geht wieder auf mich. Die wird hier auch einfach all in. Kann die aber nicht fehlen. Äh, Zeri ist hier. Kein Old. Jetzt, äh... Hm. Ich kann in 8 Sekunden mit ner Old schauen. Ich bin immer noch auf die Zeri. Die Katelyn ist immer noch nicht komplett da. Okay, können wir machen, können wir machen. Ist geflasht und geholte. Was ist da noch? Und geholte. Und geholte. Katelyn ist bloß da. Die machen den noch. Die machen noch nicht, ja. Ich hab auch Notfalls nochmal einen Blue Trappen. Ja, die schauen auch in Mitte wieder. Aber Trappen ist für Deppen. Gegen uns funktioniert's. Ja, bitte. Wir müssen uns noch ein bisschen kontrollieren. Ja, ja. Kann ich den Red kurz holen? Ich glaub, ich brauch den Red. Nee. Aber die sind gerade nicht dran. Sonst wäre Katelyn nicht hier, ne? Okay, ich blutchenke. Können wir überhaupt Face checken? Da hast du Red zu ambush? Da hast du es ambush? Äh, ich bin halt so scared wegen Syndra. Ja. Die warten legit, bis wir sie Face checken. Ja klar. Auch sie. War dumm. Wenn jemand Face checkt, dann dieser Kandidat hier. Ja. Ja. Ja, auch ich kann nicht wirklich Face checken. Jetzt spielen wir wahrscheinlich Break. Oder die spielen Break. Wir haben auch schön nacheinander unsere Aussetzung. Ja. Ja, wir können jetzt zum Beispiel noch Face schlappen. Aber die müssen noch Face schlappen. Jetzt können wir noch 1 HP 0 und keine Ult. 1 HP 0 und keine Ult. 1 HP 0 und keine Ult. Nur Space. Äh. Die TP'n ist schon top. Ah, nice try. Syndra TP. Die haben hier noch einen Warrant. Die werden... Ja, ja, ja. Catelyn hier. Wir sollten trotzdem so Fakes schlappen. Äh, wir faken mal. Ihr könnt für die Catelyn maybe schauen. Ich bin halt jetzt hier. Schau. Oh, ja ich block. Ich bin eventual tot, aber du musst bei mich rein spielen. Nein. Ich hab noch Schild. Ich hab Silence. Du hast so'n großes Model. Du blockst einfach alles weg. Ja. Ja, ja. Äh, Syndra Stab. Wir können einfach Nash machen. Pass auf, hinterher. Ihr könnt direkt sein. Nee, der Fraktar ist immer noch around, ja. Nein, wir haben kein Feast. Aber wir werden Feast. Wir können einfach Nash'n. Wir können einfach Nash'n hier. 10 Sekunden Feast. Meinst du nicht, Ocean Soul ist useless? Kender? Nein. Und die Zeri-Solo-Den natürlich nicht mehr. Kriegen beides, ne? Ja, ja. Die Zeri-Solo-Den, aber... Ich save mein Feast. Keep your off. Ja, okay. Ja, ja. Ich hab Feast, wenn ich... Ich ulti hier hin. Ich ulti hier hin. Die Leash nennen. Die Leash nennen. Die wissen es ja auch nicht. Nice. Vielleicht auch da? Nice. Das ist wirklich schön. Nice. Imagine, du hättest das ohne Delay gestreamt. Dann aber hier... Nee, die... Die sind nice. Fuck! Das schneiden wir raus! Dass das klar ist! War doch einfach nur ein BM-Flash, wenn wir jetzt beenden können. Ach, ich hätt' ich so machen können. Naja. Ey, das Einzelne ist gut, dass jetzt wir hinten da ein Bay ist. Jetzt können wir nicht nur die Bischöfe jetzt checken. True. Es ist doch... Ja, ja, es ist richtig. Lauf mir hin zu Syndra-Akius. Ich bin so scared von dieser Syndra-Akius. Soll ich hab' ich... Ja... Toplane ranholen ist nicht worth, ne? Wir gucken jetzt einfach, dass wir da hin. Okay. Ja. Ich hab'n Sloth. Ne? Kriegen wir den? Ja. Okay. Dann nicht. Ja, hat geflasht. Bruh. 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 Nein! Geht mir los! Geht's! Hä? War das... War das der Melio-Heal? 500? Ja. GG! Ja, am Ende ein bisschen reingeshittet. Aber... Ja, am Anfang auch. Da... Ja, unser Marco war schon... Ja, unser Marco war 14 Mal gestorben. Und weil wir die Bushes geface-checkt haben. Echt, ja? Na, bei mir waren es 6 Mal, aber... Ungefähr. Okay. Ja, und davon war ein 6 Mal Chris. Ja. Also, ich würd' sagen... The Power of Devil kriegt bei mir ein... Great Shot Calling. War klasse. Was ist das für'n Zyra-Skin, actually? Holy shit. Und... Wir sind aktuell... Diamond 4 50... Alter! Leute! Ich hab' plus 50 LP bekommen. Was? Holy shit. Same, what the fuck? Hä? Okay, krass. Naja. Okay, Leute. Das war eine weitere Folge. Climb. Challenger Climb. Ähm... Wir sind ein bisschen am stacken gerade. Aber... Ich glaub', das ist nur Übergangszeit. Äh... Schaut gerne bei den anderen vorbei. Ähm... Gerade Tristan ist ja bei uns jetzt hier als Content Creator am Start. Cuttet auch gerne Games aus, die wir auch spielen. Also, wir spielen ja auch so, ich sag' mal, im Stream abends. Oder für mich so Offscreen ein paar Games. Die nimmt er auch gerne, ähm... Und schneidet da was Schönes draus. Also, schaut da vorbei. Ähm... Kauft Eintracht Spanner Merch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Bye-bye. Tschüss. Tschaui. Tschüssi. Musik 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 !